ja heute machen wir ein video über das thema abrechnung und zwar über die jahres endabrechnung ja ich habe eine jahres endabrechnung bekommen und ja auch das passiert sozialhilfe empfängern des sgb 12 noch mal kurz erklärung was sgb 12 ist sgb 12 ist grundsicherung für erwerbsgeminderte menschen oder auch leute die wenig einkommen haben quasi geld verdienen aber in dem sinne nicht ausreichend aufgrund von erkrankungen beeinträchtigungen oder was auch er war das noch mal kurz gesagt was sgb 12 ist das ist immer so ein kleiner satz den man halt unterstützungsweise prinzipiell bekommt wenn man halt nebenbei was arbeiten tut als unterstützungsleistung dass man sich über wasser halten kann weil halt so normal die kosten gar nicht zu tragen wären wenn man sag ich mal monatseinkommen hätte von 500 euro im monat so und ich habe natürlich jetzt eine jahres endabrechnung bekommen von meiner hausverwaltung weil das ist ja sgb 12 ist ja sind ja eigentlich im prinzip leistungen zur sicherung des lebens unterhalts kurz um anders noch mal gesagt hier ging es letztlich um heizung nicht nur um heizung es ging halt auch um warm wasser kaltwasser was halt als nebenkosten abgerechnet wird strom wird halt separat abgerechnet und ja folglich ist es halt so strom bezahle ich jeden monat habe ich euch gesagt 79 euro jeden monat kann man nicht meckern für 2400 watt im jahr an strom was ich hier verbrauchen kann wenn das natürlich mehr ist dann muss ich natürlich auch mehr dafür bezahlen wenn ich mehr zahle dann darf ich auch mehr verbrauchen so das ist noch mal kurz um gesagt also auf jeden fall habe ich die also abrechnung bekommen und die betrug sich auch auf 1140 euro und 30 cent von der berechnung vom vermieter so das ist natürlich sehr sehr hoch für einen alle jemanden der da alleine wohnt jetzt möchte ich hier noch mal ganz klar was erwähnen noch dazu was das auch ganz klar entscheidend ist ich bin in meiner transition das heißt auch ich brauche natürlich mehr wasser warmwasser und auch mitunter mehr heizung liegt einfach daran dass ich unter hitze wallungen leide oder auch dass ich mehr friere das kann auch passieren geradezu wenn der testosteronspiegel sinkt kann das vermehrt passieren dass ich mehr friere mehr oder mehr schwitze und das ist auch viel davon abhängt wie auch draußen die temperaturen sind ich habe euch ja mal gesagt gehabt hier oben ist es in meiner wohnung letztlich so wenn ich jetzt im sommer zum beispiel meine computer an hätte dann werde ich hier sterben das haben teils meine community mitbekommen das ist wirklich so ich bin hier gefühlt am eingehen wie eine sand wie eine ölsardine so kann auch viel an der wärmedämmung liegen wenn die natürlich nicht gut ist das natürlich dann auch hier die hitze staut wie wie nach was lumpi wie blöd dass das natürlich auch natürlich auch nachteile im winter mit sich bringen kann und dann kommt es natürlich darauf an ob es minus gerade gab auch ganz klar entscheidend dann ist es so dass ich am stadtrand wohne das heißt dort wo auch mehr die felder sind wo auch mehr freiluft ist also wieder nicht das auch gerne frische brise und dann ist natürlich auch die luft die vom felde kommt natürlich auch eine ganz andere die brise der wind ist halt natürlich auch ein bisschen anders also es kommt halt wirklich darauf an und dann kommt es natürlich darauf an wie die erdgas oder gaspreise sind so meinem fall ist es so dass das erdgas ist hier und dem entsprechend kostet natürlich auch die wärmeaufbereitung für warmwasser oder auch für die heizung natürlich wesentlich mehr weil worauf man natürlich was man auch dabei betracht ziehen muss wie waren im jahr 2023 und das ist ja vom jahr 2023 das ist jetzt auch meine erste jahresendabrechnung ich habe mir ehrlich gesagt schon gedacht dass die ziemlich böse wird und ja das war wirklich ist in diesem fall wirklich so gelaufen und bin natürlich als ausfolgende konsequenz daran angehalten zu sparen ja eine abrechnung hat gereicht und ich bin zu einsparungen tatsächlich genötigt worden ich habe ja immer gesagt hier zu euch ich erzähle euch nichts was irgendwie hausgemacht ist oder was ausgedachtes ist also steht hier auch wirklich drin mal sehr geehrter bababa ihre unterkunft bababa ist hinsichtlich in der höhe zu zahlenden miete und heizkosten aus leistungsrechtlicher sicht nicht angemessen zudem ist ihre unterkunft zu groß ihre unterkunft hat eine wohnfläche von 57,32 quadratmeter als angemessen gilt für ihre bedarfsgemeinschaft eine wohnungsgröße von bis zu 50 quadratmetern als maßstab zur beurteilung der angemessenheit werden nach gängiger rechtsprechung höchstbeträge aus der wohngeldtabelle plus zehn prozent sicherheitsaufschlag herangezogen danach gelten für einen personen haushalt kosten höhe von 431 euro 20 als angemessen die aufwendung ihrer unterkunft betragen 450 euro ihre unterkunftskosten übersteigen das angemessene maß somit um 18 euro 80 ja so genau nimmt meine sachbearbeiterin das leider so und ich muss auch leider sagen dass sie das so nicht nur sehr sehr genau nimmt sie würde mir auch wenn ich jetzt 100 euro zuverdienst hätte und ich dürfte das eigentlich laut freibetrag selbst die werden mir angerechnet na also so viel dazu ich habe ein super leichtes leben als sgb 12 bezieher und kriege alles in den popo geschoben eben nicht mir wird das eigentlich mit unter schwerer gemacht als es eigentlich not tot und das ist halt einfach auch so die sache was das für mich auch nicht unbedingt mal leichter macht hier so das ist ja nichts wirklich was hausgemachtes ist so aufgrund dessen da ich aber seit letztes jahr september 12 9 23 auf das ist runden und seither in der zweiten pubertät bin sind natürlich auch meine wärme empfindungen und kälte empfindungen natürlich eine andere weil das auch mit unter schwankt alles aus so sachen die das leider 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 mit beeinträchtigen oder auch mit beeinflussen eher gesagt so bislang habe ich bei der ermittlung des leistungsrechtlichen angemessenen heizungsbedarf auf die im jeweiligen gültigen heizspiegels nach baualter klasse angewiesen kosten in euro abgestellt aufgrund der gestiegenen und stark schwankenden energiekosten ist dies jedoch nicht mehr länger zu zielführend um auch die schwankenden kosten berücksichtigen zu können stelle ich zukünftig auf die die im heizspiegel ausgewiesenen verbrauchswerte ab das haus in dem sie wohnen wurde 68 gebaut und hat eine gesamtfläche von über 1000 quadratmeter sie heißt heizen mit gas also korrektion erzgas wird hier geheizt tatsächlich und das weiß ich auch vom vermieter also beziehungsweise von der verwaltung weil ich höchstpersönlich mit denen auch telefoniert habe so dass sich unter anwendung des bundesweiten heizspiegels einen monats energieverbrauch in höhe von 1037 50 kilowatt quadratmeter errechnet zwölf monate tatsächlich betrügt ihr energieverbrauch 1025 kilowattstunde im jahr 23 sie aber abrechnung und übersteigt damit den maximal angemessenen energieverbrauch von um 387 50 kilowatt die stunde gemäß paragraf 35 sgb 12 sind die tatsächlich unter unterkunftskosten und heizkosten nur so lange in der regel längstens sechs monate zu übernehmen soweit es ihnen und den mit ihnen in der bedarfsgemeinschaft lebenden person nicht möglich oder nicht zuzumuten ist durch einen wohnungswechsel durch vermieten oder auf eine auf andere art und weise veranwendung aufwendung zu senken so und ich bin hier wirklich aufgefordert worden hier das zu senken ich gebe ihnen daher auf bis zum 30 4 25 die unterkunft und heizkosten zu senken zum beispiel durch anmietung einer anderen wohnung aufnahme eines untermieters anpassung ihres verbraucher verbrauchsverhaltens die frist für die reduzierung ihrer aufwendung kann nur im ausnahmefall verlängert werden voraussetzung hierfür ist jedoch dass sie sich ab sofort intensiv um eine angemessene unterkunft bemühen dies kann unter anderem diese über angebote in den örtlichen zeitungen nachfragen bei den maklern oder durch eigene annoncen kleiner zeigen in den örtlichen zeitungen geschehen dass in ihrem in ihrem einzelfall kein angemessener wohnraum zur verfügung steht ist dann durch ablehnende wohnungsbewerbungen bzw schriftliche bestätigung nachzuweisen beispielsweise beispiele wie wie sie ihren energieverbrauch senken können keine aus abschließenden aufzählungen raumtemperatur senken thermostate in selten genutzten räumen auf frostschuss stellen weniger warmwasser auf verbrauchen einen sparduschkopf oder durchfluss begrenzt benutzen duschen statt baden hände mit kaltem wasser waschen herzkörper entlüften vorhänge zu 10 sprechen sie gegebenenfalls mit ihrem vermieter über energetische maßnahmen sollten sie aus persönlichen gründen einen erhöhten unterkunfts- und haltungsbedarf haben erklären sie mir bitte erklären sie mir dies bitte und legen mir geeignete nachweise wie zum beispiel atteste eines facharztes vor soweit sie ihre aufwendungen binnen oder genannter frist nicht gesenkt oder ihre erfolglosen bemühungen nicht nachgewiesen haben werden werde ich ab dem ersten fünften 25 nur noch die angemessenen kosten der unterkunft ihrer leistungsberechnung berücksichtigen ich weise darauf hin dass sie gemäß paragraf 35 absatz 2 sgb 12 grundsätzlich vor abschluss eines neuen vertrages die zusicherung des leistungsträgers zu den aufwendungen der unterkunftskosten einzuholen haben andernfalls haben sie keinen anspruch auf übernahme der vollen unterkunftskosten sie tragen dann das finanzielle risiko dass die kosten von anfang an nicht in vollen voller höhe berücksichtigt werden abschließend weise ich sie darauf hin dass sie gemäß paragraf 60 sozial gesetzbuch erstes buch sgb 1 verpflichtet sind neben kost und heizkosten abrechnung unverzüglich bei mir einzureichen sollten sie mir die abrechnung nicht vorlegen bin ich unter den voraussetzungen des paragraf 66 sgb 1 berechtigt ihrer leistung wegen fehlender mitwirkung zu versagen beziehungsweise zu entziehen so also glaubt mal ja nicht nur weil ich sgb 12 beziehe dass das nicht wirklich anders ist wie beim bürgergeld das ist im prinzip ähnlich gestrickt und das sind zwei man muss einfach sagen sgb 2 ist halt das bürgergeld das ist nämlich der unterschied und sgb 12 was aber letztlich nicht der unterschied ist das geld was letztlich daraus bezogen wird kommt aus einem topf so und ich bin in dem sinne nicht im vorteil nur weil ich sgb 12 bekomme das möchte ich hier nochmal sehr sehr deutlich machen damit hat man keine vorteile geradezu was meine person angeht habe ich dadurch mehr nachteile wie halt anderen auch schon aufgefallen ist wie beispielsweise meine aktuelle therapeuten das auch aufgefallen ist oder auch meine alltagsunterstützung den habe ich das beiden auch so sachlich erklärt wie es nur geht habe halt auch gesagt dass mich das auch mehr beeinträchtigen tut als dass ich irgendwie mal vorwärts käme im leben weil ich mittlerweile wirklich viel viel mehr fertig bringe und auch kann das sieht man auch alleine durch die durch den weg den ich gehe ist halt so so auch eine entwicklung zu sehen und das nicht mal eine kleine so dass selbst leute aus dem privateren umfeld die mich seit über sag ich mal über sechs jahren auch schon kennen die sehen die unterschiede und die sagen selber auch nee du hast dich gemausert man sieht das sehr sehr deutlich und es versteht keiner und das möchte ich jetzt hier auch nochmal anführen warum das arbeitsamt an dem punkt falsch spart das muss man einfach sagen weil für das arbeitsamt ist es natürlich bequemer wenn sie natürlich alte berichte alte berichte rausholen und sagen ja du bist nicht arbeitsfähig also das finde ich immer sehr sehr leicht gesagt und das ist auch nichts irgendwie was jetzt hausgemacht ist um mich jetzt irgendwie jetzt im fokus zu stellen ich möchte einfach nur mal damit die realität zeigen wie das wirklich ist mit sgb 12 also sachen wo keiner darüber redet so und wenn man dann noch eine sachbearbeiterin hat ja die irgendwie an einem den narren gefressen hat was ich damit meine ist die eigentlich mag ja und ein jeden furz anrechnet weil eigentlich ist es nämlich nichts recht nicht rechtens dass selbst 100 euro 100 euro da anrechnen die man eigentlich anrechnungsfrei verdienen darf so und selbst das kreiden sie mittlerweile an weil sie alle so derbe auf sparen aus sind ich sag's nur auch allgemein für die arbeitende gesellschaft wofür er letztlich arbeitet ihr arbeitet dafür dass andere wiederum im nachteil sind und auch dort hängen bleiben und das ist nichts weh was man jetzt irgendwie feiern kann viele sind ja dann mittlerweile auch so dass sie sagen wozu wozu gehe ich noch arbeiten ich habe ja von meinem geld nichts mehr kann ich auch mit kann ich auch mir gefühlt die nächste platz sitzen weil habe ich genauso viel wenn ich sogar mehr wenn ich zu hause bleibe und burger geld beziehen also es ist einfach nur die realität vergleicht mal sgb 12 mit sgb 2 das ist schon ein unterschied weil sgb 12 ist wirklich sozialleistung für leute die im prinzip einen darf schein haben was ich meine mit einem darf schein ist nämlich dass ein schwerbehindertenausweis haben ich hatte ursprünglich ein so ich habe ihn abgestoßen einfach aus dem grund weil ich gemerkt habe es bringt mir keine vorteile mehr nachteile als es mir bringen würde so und ewig in der werkstatt und meine zeit in der behinderten werkstatt zu verschwenden 20 jahre für die mülltonne sehe ich absolut nicht wenn man die ressourcen in den menschen selbst im beeinträchtigten menschen richtig einsetzen würde mit dem was sie können dann könnten alle arbeiten dann können nicht nur alle arbeiten könnten alle ihr geld aus eigener hand verdienen aber diese förderung die haben die arbeitsämter wirklich größtenteils eingestellt und das ist das traurige und das ist die realität und da braucht man nicht irgendwie jetzt sagen so und was wir haben es doch gut in deutschland und darum geht es nicht guckt euch einfach die lebensmittelpreise an und dann überlegt mal wofür ihr arbeiten geht ihr geht eigentlich nur noch arbeiten dafür dass ihr essen auf dem tisch habt dass ihr eure miete bezahlt bekommt so und was ist mit leben was wo ist das leben leben tut keiner mehr so wirklich es sind alle nur noch am arbeiten sind überarbeitet fertig mit den nerven haben kann nicht mal wirklich irgendwie zeit sich mal zu erholen wirklich urlaub nehmen ist auch nicht wirklich drin weil man dann nicht nur eine schicht nach der anderen schieben muss oder mit unter auch doppelschichten machen muss weil die arbeit aber großteils der arbeitenden bevölkerung schon so gut wie gar nicht mehr arbeitet so und das ist leider die realität was im prinzip keiner sieht ja 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 ja